In diesem Video möchten wir Ihnen Fonds und ETFs vorstellen, die Sie über Swissquote handeln können. Beim Kauf eines Fondsanteils wird ein Teil am Sondervermögen einer Kapitalanlage Gesellschaft erworben. Diese besteht aus Fondsmanagern, die das Vermögen verwalten und entsprechend den Fonds ausgestalten. Fonds können in Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoffe und Anlagen des Geldmarktes investieren. Da mehrere Anleger in einen Fonds investieren, hat der Fondsmanager ein wesentlich größeres Kapital zur Verfügung, das er optimal über verschiedene Märkte und Branchen diversifizieren kann. Beim Erwerb der Fondsanteile fällt ein, einmalig ein Ausgabeaufschlag als Gebühr an. Dazu kommen eine jährliche Management- und Verwaltungsgebühr. Neben den klassischen aktiv gemanagten Fonds gibt es die jüngere Anlageform Exchange Traded Funds, kurz ETFs. Mit diesem passiv gemanagten und über die Börse handelbaren Fonds kaufen Anleger einen ganzen Korb von Wertpapieren, also Aktien, Sektoren oder Regionen. Da die ETFs einen Index 1 zu 1 abbilden und die Zusammensetzung täglich veröffentlicht wird, ist die Preisbildung für den Anleger leicht nachvollziehbar. Gehandelt werden ETFs wie gewöhnliche Aktien. Sie können jederzeit geh- und verkauft werden, einschließlich der Möglichkeit Limit- und Stop-Orders zu platzieren. Darüber hinaus erlauben Sie Long- und Short-Positionen, den Einsatz von Hebeln und eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit. Weiterhin profitieren Sie mit ETFs von Dividenden und Zinsausschüttungen des jeweiligen Basiswertes. Exchange Traded Funds sind kostengünstiger als klassische Fonds. Statt eines Ausgabeaufschlags fallen lediglich die üblichen Transaktionskosten an. Auch die jährliche Verwaltungsgebühr ist deutlich geringer als bei klassischen Fonds. Profitieren Sie hierbei von SwissQuotes Top-Angebot. Sie zahlen für ETFs der Partner ProTrade nur 9 Schweizer Franken, respektive Euro oder Dollar, an der Sixth Swiss Exchange. Handeln Sie noch heute Fonds und ETFs bei SwissQuote und profitieren Sie von den vielen Vorteilen.